so level 36 hoffentlich ich hoffe es reicht aber ich denke schon ja ganz knapp ok 36 wahnsinn jetzt habe ich die monika schon aufgeholt und wir können jetzt so langsam in die war zone gehen und ein bisschen schlachten aber heute morgen ist noch nicht so viel los ich hatte gestern abend keine zeit mehr wegen ion das braucht extrem viele zeit und ja jetzt ist es oben aber hat hinweise auf werbung oder sonst irgendwie so das nervt mich also urheberrechte nur wegen werbung oder so ich verstehe das überhaupt nicht also jetzt wirklich nur bei ion noch so viele games die ich let's play in der letzte zeit hatten das nicht oder let's showten und ja ich hoffe ihr könnt es anschauen sonst bitte schreibt es unten in die kommentare und sonst irgendwo hin mich nervt es einfach das immer noch entwickeln nicht checken dass let's shows und let's plays etwas gutes für das spiel sind und überhaupt nichts mit werbung zu tun hat aber eben manche entwickler sind so großkotzig wie zum beispiel ncsoft die da schon mit anderen vorherigen games probleme gemacht hat mit den urheberrechts hinweisen und alles mögliche großkotzig geht nicht mehr und das nervt mich natürlich sehr eben wissensstufe 36 das gefällt mich sehr und es geht schneller als mit dem der beschwörerin und jetzt können wir ja eben vorsohn machen und alles mögliche und wir finden hier magna emmaß da können wir gleich mal kurz in die lahmen insel schauen ob wir ein paar ja paar magna finden 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 es ist zwar nicht mehr so früh am morgen aber aktuell finden wir trotzdem weil als ich am morgen hier hingegangen bin hat schon jemand anderes weggenommen auch von der gt green hell aber der name sage ich jetzt nicht sie haben auch eine chance hier magna nicht abzugreifen ich brauche nicht alle ich brauche so wenig als die die handeln sehr viel oft und so und die brauchen mehr magneten als ich deshalb kein problem für ihn oder für sie je nachdem wer es war so moin guten morgen moin moin die odena kenne ich jetzt nicht so gut das ist der name odenia den name kenne ich irgendwie ein bissl absyrtus kenne ich nicht miss elli und smed kenne ich auch nicht die sind wahrscheinlich nicht so oft und oder es sind neue charaktere von leuten die ich kenne ja ich bin sehr oft im syrtis chat krossel ein bisschen wenn ich gerade nicht bock habe oder während dem handeltraining oder sonstigen wie fitnesstraining chatte ich oft hier aber gestern war es wirklich schlimm da konnte ich zwei stunden nicht aufnehmen weil regnung gemeint habe ich wäre schon eingeloggt also konnte ich mich nicht einloggen in den launcher und dann ins spiel konnte ich nicht spülen verdammt noch mal so das ist grässlich das sind scheiß bugs das spiel schon vor dem game auftreten das einfache regnung nicht checkt dass ich schon lange aus dem spiel diskonnectet wurde die checken das einfach nicht weil heiler läuft wirklich auf sparflamme es gibt immer wieder lags und probleme und manchmal ist das server sogar down es ist wirklich eine qual hoffentlich kommen wir mal zu einem anderen server so werden wir wahrscheinlich bald verschmolzen aber das ist für mich nichts gutes weil sind schon so viele franzosen hier die einfach kein wörtchen englisch können oder deutsch und dann nur herum nerven monster wegnehmen ähm uns die ganze zeit killen level killen alles mögliche die haben null anstand das nervt mich aber eben dass genau diese gekommen sind die bei den franzosen keinen anstand hatten das nervt mich schon die verstehen überhaupt die verstehen kein deutsch und das sind deutscher selber es ist alles auf deutsch und die verstehen nichts von dem gar rein nichts das sind wirklich dummheiten aber eben die größten noobs und die größten spinner kommen am frühesten die wollen am frühesten irgendwo jemanden auf den sack gehen und die richtigen profis die bleiben am längsten die kommen halt am spätesten und so eine server zusammenlegung hat immer negative seiten und bis alle profis dann richtig wieder drin sind das ist schlimm dann helfen sich die profis daneben nach und dann werden sie auch kindisch wir haben schon genug kinderlein auf diesem server ach komm schon aber eben sonst stirbt er aus wir haben wirklich schlechte ja schlimme probleme mit ähm Leuten die weggehen hm aber eben ignorieren und nicht noch gleich selber gifteln oder sonst irgendwas wenn jemand anfängt dann macht jemand anderes nach und dann macht es wieder einer nach und so weiter also so können wir eigentlich das zum positiven bringen wenn jemand anfängt ich fange schon an und habe schon ein bisschen Erfolg vereinen können aber alleine schaffe ich das nicht das schafft man einfach nicht alleine da muss jemand mitmachen immer mehr mitmachen und am Schluss ähm ja dann zusammen also eben hier haben wir keine Magnoliten das ist blöd ein Magnolitstück haben wir hier gefunden oder ist das noch von vorher gewesen wie viel haben wir denn oh ich habe einen Bestienhelm der besser ist oder 136 plus 3 und dann habe ich Aschards Leggings 136 also 48 und ein Sutang Schwert der ein bisschen stärker ist aber eben das Problem ist halt ich weiß jetzt nicht ob das auch wirkt aber denke nicht weil ich halt keine Schwert Verbesserung geskillt habe also so hier ein Buff habe ich leider nicht dabei aber ich denke schon dass wir mehr Schaden machen so jetzt ist es auch wieder ein bisschen besser jetzt muss ich nur noch ein zweites großes Schwert finden kann ich endlich wieder umskillen ach ich liebe doch Schwerte ich mag irgendwie ähm Keulenwaffen nicht Hammer und Mockenstern und sonst Zwar Mockenstern sind auch cool aber sie müssen Ketten dran haben und nicht Stile das ist eine Eheflegel dann aber eben am ersten am liebsten habe ich Schwerter richtig coole Schwerter große Schwerter und ja am liebsten habe ich Katanas oder Ninshatsu ähm 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 Ninshatom Ninsha Nakinata habe ich auch gerne also Schwert Sperre also mit langem Stiel und ja so Halbmondschwerter richtig geil also am meisten mag ich einfach japanische Waffen chinesische Waffen ähm ähm mongolische Waffen taiwanische thailändische und so weiter vom östlichen Block also nicht vom Ostblock vom östlichen Block vom ganz östlichen fernen östlichen aber ich weiß nicht Ostblock haben auch gute Waffen gehabt weiss ich jetzt nicht genau was für wir die haben eher Sperre gehabt oder sonst irgendwas Partisane genau der Ostblock hat eher Partisane gehabt früher ganz früher bevor sie mit der AK-47 geschossen haben haben sie mit einem Partisanen Sperre geschnitten und gestochen und ja ich wollte eigentlich mal Total War ähm ich glaube Rome wollte ich mal spielen ich hatte ja manchmal gespielt jetzt will ich mal wieder Rome Total War spielen und es ist leider sehr teuer und ich finde meine alte CD nicht wahr hmm auf Steam ist es immer noch glaube ich 9 oder 19 Euro das ist viel zu teuer für so ein uraltes Spiel aber es ist das beste Total War und Total War ist immer teuer Halma X ist doch in der Nähe ja das ist ganz am Anfang stimmt ja gehen wir später dann dorthin oder ich dann wieder alleine wir gehen zum Barbantrainer der hat neue Skills also ja weitere Attributspunkte oder Skillpunkte äh Disziplin und Kraftpunkte ok Donnerschlag das ist eine AOE Attacke ist nicht so stark ne nehmen wir nicht da brauchen wir nicht Durchbohrungs wir könnten hier eins nehmen Vielseitigkeit für mehr Stärke hier noch der Rest Betäubnisgebrüll Betäuben wenn wir das auskillen 9 Sekunden das ist doch mal geil und sonst hier können wir ja nichts mehr machen Top Sucht brauchen wir noch nicht aber spät ist es sicher gut was willst du von mir eine Quest ah das ist die Magna Quest ne die nehmen wir nicht an dafür brauchen wir sehr viel Magna Magna ähm ich habe 140 wir brauchen 500 also noch lange nicht genug schade dann gehen wir weiter äh Dosim haben wir mehr Quests die nehmen wir zuerst dann ich weiß nicht es ist halt noch gar nichts los ich traue mich einfach nicht irgendwie in die Warzone zu gehen hm sollen wir? ja ein Versuch ist es wert komm wir gehen in die Warzone die sind ja schon blau geworden jetzt durch Level 36 und wahrscheinlich auch leichter zu besiegen ich werde mal so wieder ein bisschen vorfarmen auch wenn die nicht so viel droppen ich dachte die droppen mehr aber wahrscheinlich wurde die Drop Rate gesenkt oder sonst irgendwas oder einfach gar nichts gemacht aber ich habe einfach Pech gehabt hm aber eben viele Topasse habe ich da muss ich noch schauen ob ich Quests habe aber ich glaube ich brauche mehr Topasse für die Quest ein Nephrim oder so mal reinzucken das ist Aussprechgeschwindigkeit und sonst Aragonit Aussprechgeschwindigkeit Blitzschaden also Blitz oder Feuerschaden kann ich reinzucken Feuerschaden ist stärk das nehme ich wenn ich es schaffe also müssen wir kurz nach Rehre und dieser Sieger der ist leicht sehr einfach den schaffen wir niemals ich will aber versuchen wie weit ich komme weil ich habe den Bind sowieso sowieso in Rehre können wir sogar noch eine Abkürzung machen so einfach mal versuchen wow ich mache den Feuerschaden ja niemals schaffen wir den wir machen zu wenig Damage und der macht zu viel Damage das ist nicht genug ja mega Beatle hey Beatle Wagen komm mal hier ich will nach Rehre fahren ich will nach Rehre fahren fahren wir nach Köln drei weiße Tauben auf dem Dach drei weiße Tauben und ein Gewehr drei weiße Tauben sind nicht mehr drei weiße Tauben drei weiße Tauben haben Lach im Kopf und ich weiß nicht mehr weiter dann sing ich nicht mehr ah guru 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 drei weiße Tauben tralalala tralalalal also zum Schmied muss ich wo haben wir einen Schmied Waffenschmied kannst du auch dann brauchen wir einen normalen Schmied einbetten so den da 35.000 nehmen wir erfolgreich so jetzt haben wir 5 Schaden ok ja grössere finden wir noch nicht was wollte ich noch zum Händler der hat immer so gute Waffen komm schon schnelle Waffen am besten Katana Sudang Schwert das ist für rechts wir machen mehr Schaden oder? ja langsam Sudang Schwert ist mittel das macht keinen grossen Unterschied wir haben sowieso eine Raserei oder Blutdurst auf deutsch ich glaube auf englisch heißt es Frenzy oder Blutdurst oder Blutdurst oder Blooddurst blutdurst blutdurst soo mal kurz was trinken Suche WZ Party Ich hoffe es ist irgendwas los. Wir gehen mal hier entlang. Liegt irgendwer? Wo? Ich hoffe ja nicht. Was muss ich da hier hin? Da oben muss ich doch nicht hin. Das ist ein Bug. Ich hoffe die kommen nicht hier. Er meint das andere zu. Also bei uns ist nichts los. Eken Inva. Das müsste heißen, dass wir die Relikte haben. Nein, wir haben ja nicht die Relikte. Sie haben alles eine Relikte. Alsius. Great Wall. Dann müssen wir dorthin scheinbar. Weil da ist der Edelstein zu sehen. Der ist nur zu sehen, wenn er in Feindeshand ist. Schauen wir mal. Seid ihr beim Eisentor oder Eken? Ähm, ich selekt das jetzt momentan so. Das sollte nicht so sein. Hallo Tiger. Äh, Löwen. Ich bin immer noch bei Tiger. Ich gehe mal kurz zum Wind. Der Wind ist ja da oben. Genau da heisst er. Ich glaube am Alu-Tor. Da ist nur einer der so grün leuchtet. Blitz des Zeusses als GDS. Was heißt das? Garte des Sturm oder Klump des Sturm. Sinuret ist hier. Den kennen wir ja. Als Green Hell. Sonst. Ich weiss nicht. Ich traue mich irgendwie nicht. Ich muss mich zuerst binden. Dürfte nicht zu viele Eken sein. Bin leider erst 36. Kann aber gut den Mittel machen. Hat jemand ne Party? Ach komm schon Leute. Nicht zu Depri. Wir müssen sie angreifen, wenn sie geschwächt sind. Die scheisse Eisen. Wir gehen mal zu dem Symbol ab. Dort ist das doch nichts. Hm. Wir sollten schauen gehen, ob sie schon geschwächt sind. Wir besagen mal Brücke. Ja. Sollten wir sie abfangen. Da ist die Brücke. Ja. Ich weiss nicht. Ich traue mich einfach noch nicht so. Ich muss mich zuerst ein bisschen leveln. Also hier ist das Symbol. Irgendwo hier. Ja. Aber da müssen wir doch nichts machen. Ja. Macht Party. Please. Das ist das Org-Lager. Das ist das Org-Lager. Hier. Der hat ein geiles Schild. Ach komm schon. Aha. Okay. Ich trau mich. Ich trau mich. Ich trau mich. Ich hab doch keine Angst. Ich trau mich jetzt einfach. Und lass mich halt kühlen. Die kommen sicher wieder mit 1100 Schaden. Und also. Ich mag das nicht. Wenn die mich so kloppen. Ja. Ich hab halt leichte Rüstung. Also nicht so gute Rüstung. Die machen wahrscheinlich irgendwie 600 Schaden an grossen Level 60er. Ja. Noch weniger. Bin schon bei Trelle. Bin Ager Brk. Gehe am See im Klang nach Sam. So. Shana Ria. Wo ist das schon wieder? Ah da drüben. Könnten. Ja. Das sind zwei. Die zwei sind die kleinen von Ignis. Und das ist das große. Kessel. Also das Kessel. So. Ähm. Hier ist ja das Dock. Wo man auf die Mittlerinsel kommt. Aber da gehen wir ja nicht hin. Dort ist nichts drauf. Da war an Weihnachten war da ein Event drauf. Aber das habe ich bei Allsys gemacht. Ich habe noch nichts Gescheites bekommen. Das ist nur ein Arzt. Irgendwie ist nichts los. Ich hätte überhaupt nicht angegriffen. So. Ähm. Mohoin. Ja. Leider sind mir nicht gerade gut geschützt. Aber durch den Ding und durch den Wald. Ich müsste mich ein bisschen mehr in den Wald und ein bisschen mehr schauen. Ich denke, es ist sicher. Hier. Lol. Lol. Der hat mich nicht gesehen. So. Jetzt wieder rechts halten. Sonst verlieren wir. Boah. Diese Nervenkitzel. So. Wir haben es geschafft. Der hat uns nicht gesehen. Der hat uns nicht gesehen. Moin. 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 Bin bei Schamal Brück. Und hier ist nichts los. Ah. Samal ohne H. Stimmt. So. Hier hat es. Ah. Der hat es Pumas. Okay. Keine Löwen. Hm. Hier ist das Dock der Iggen. Da haben wir mal ein Event gemacht vor einem Jahr. Habe ich ja aufgenommen. Das war so extrem langweilig. Aber wir haben immer getanzt und haben so eine Schlange gemacht. Wie heißen die Schlange? Die Mannsschlange. Die Mannsschlange. Jo. Hier ist nichts ausser ein. 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 Einwohner. Den können wir angreifen. Aber der ist wahrscheinlich zu stark. Der ist unmöglich. Den können wir wahrscheinlich mit Level 60 noch nicht besiegen. Also ja schon besiegen. Aber der ist immer noch unmöglich. Als Anzeige. Wo seid ihr? Ich weiß nicht, ob ich hier entlang soll oder innen entlang. Da gibt es einen Händler. Ich gehe mal zum Händler. Aber gehe dann innen rum. Oder soll ich durch den Sumpf? Ich glaube, ich gehe durch den Sumpf. Ist besser. Also wir haben einen richtig guten Bonus gegen Fernkämpfer mit dem Sprung. Aber ja, Bewegungsgeschwindigkeit los 20% ist dann schon gut. Zum Alu. Gene. 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 Was ist? Gene. Gene. Sollen wir schauen. Quests. Stankentranken. Ampullen. Händler. Tenden, Bräerie. OK. Handeln. Das sind alles hochläulige Sachen. Aber haben wir hier Olympicsschwerte. Nur zwei Hand und... Ein Hand. Ich habe keine Links. Meisterthemen. 49. 42. 39. хот compil. Das bringt uns nichts. Trälerbrücke abfangen mit den Eiern. Die gehen sicher über Schammer. Okay. Ich kreie mal Many, okay, du gehst zu Many. Aber ich will unbedingt hier irgendwas mit den Eiern. Nachtparty. Ist hier das Org-Lager? Weiß gar nicht mehr. Scheinbar schon, ja. Und ladet ein. Tp-Aka-Sammer über dich. Dann gehe ich zum Herbrettbind, wenn die am Tp machen. Und wo soll ich hin? Ich habe kein Portal. Sorry, ich kann kein Portal machen momentan. Ich will das Geld jetzt nicht ausgeben. Okay, eins wurde abgefangen. Ein Juwel, Reichsjuwel wurde abgefangen. Okay, Alcius hat zurückgerobt. Die sind wahrscheinlich aufgewacht, also sind angekommen. Gut. Das andere. Alcius kommen zuvor. Ein Juwel ist weg. Schauen wir mal hier in den Ruinen, ob es irgendwas gibt. Also ich muss zur Zentralpräerie. Die ist dort. Ja, sorry, aber ich kann nicht zur Schama-Brücke gehen. Nochmals, nochmals haben wir nicht zu schwein. Und solange, als die keine Party machen. Nur eins. Bei mir. Das ist nur ein Juwel, oder sind es zwei? Jetzt. Jetzt. Bei mir auch. Okay. Ich schaue mal kurz hier. Ich kann hier sowieso nicht ausrichten. Ach, wir müssen also mit dem retten. Zyklowiese. Zyklowiese ist dort drüben. Zyklowiese, ich weiß nicht, wo sie genau ist. Soll ich also wieder da drüben hin? Finde ich die. Finde ich die. Also hier hat es Zyklowiese. Ist das die Zyklowiese? Was sie eigentlich haben? Zyklowiese, ich weiß nicht, wo ist die Zyklowiese? 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 Ach komm schon, ich will nicht alleine hier irgendwo sein. Party please, party please, mach party please. Ich weiß nicht, ich verstehe nie das, wenn ich pp schreibe. Das ist die Abkürzung für party please. Schau mal, SW. Ja, die haben aber den einen Diamanten. Beide haben sie dort. Kein Spieler kann zur Zeit einloggen und die Datenbank wird optimiert. Bitte locke dich jetzt aus, um Probleme zu vermeiden. Okay, dann werde ich kurz noch den Schatz nehmen. Und dann muss ich leider aufhören. Okay, ich gehe hier runter. Schaffe ich das noch? Guts. Was? Na ja, was ist so gut, dass die, die Juwele haben? Ja, ich gehe auf bis später. Wird resettet. Jo, bis gleich. Aber was ist so gut, ich gehe aufhören. Vielen Dank.